Ich warte! Hallo, willkommen zur nächsten Folge von Snow Village 2, heute mit Reis, hallo. Moin, servus, moin. Genau, und Gurkensohn ist auch dabei. Mit Karin Ritter macht er wieder Interview, ne? Raus mit die Finshore, ey, der bekommt ja grad voll den Hate ab, ne? Ja, genau, weil er sie irgendwie abgezogen hat und ihr kein Geld gegeben hat, ne? Karin Ritter ist aber ne Ehrenfrau auch. Ja, irgendwie schon. Ähm, aber halt ihr gerechtes Gedankengut ist halt nicht vertretbar, ne? Ja, schon, aber ist halt sehr viel zum Lachen. Vor allem die Söhne, weißt du? Hey, wo sind meine Fische? Ey, die Pesowskis, ey. Die sind einfach nur 24-7 auf Drogen oder Alkohol. Erkennst du diesen einen, der gestorben ist von Karin Ritter, der Mann? Ja, der Mann. Ja, ich schwimme im Büchel oder irgendwie sowas. Nee, äh, ja, ich stehe erst mal auf, dann gehe ich aufs Klo, dann gehe ich raus, hole mir ein Bier. Geiles Weihnachten, ey. Ich trinke mein Bier schon und dann will ich mal in Ruhe. Der war ja auch so besoffen, hat ja nicht mal mehr einen Schlüssel in die Tür gekriegt, so, ne? Na, wann hat's gelesen, ne? Ja, hab ich mal wann gelesen. Halt die Fresse, sag mir, was los ist. Ja, Andy. Ja. Oh, Mann, also, mach dich von meiner Couch runter. Nein, du bekommst keine, ich will, Sie gereden haben. Nein. Ja, na. Du bekommst geiles mehr von mir. Oder vor allem auch so geil. Ähm, warum sie sich denn so sauer auf ihre Mutter? Sie geht jedes Mal auf meine Kinder. Das ist doch gar nicht wahr. Halt die Mund, wenn ich mit dir, äh, wenn ich mit dir anderem rede. Ich lasse meine Mund nicht von dir verbieten. Äh, ja, was sind das für Konversationen, Alter? Weißt du, guck mal, ganz kurz, die schreit ihm rein und meckert dann rum, weil er zu ihr sagt, die soll leise sein, weißt du? Ja, na. Ich lasse meine Mund nicht von dir verbieten, ey. Wer bin ich denn? Wer bist du denn? Dieses Power-Made-You-Ritter-Ding. Ach ja, das Intro, ey. Oder das Ritter-APC. Da-da-da-da-da-da-da. Vom Auszug, das ist echt geil. Ja, das lässt mich schon Stress mit dem ersten Neger. Und ja, was hat der gemacht? Ja, der kreischt so laut. Wir haben uns runtergegangen und haben ja auf die Fresse gehauen. Hm. Ja, die fangen ja eh ständig Prügeleien an, ne? Und sowas. Mach dein Arsch zu, mach dich aus meiner Leitung raus, so Birne. Irgendwie warst du das nochmal. Mach dein Arsch zu, mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne. Das gibt ne Janzeige. Ja, ich hab halt den Dialekt besser drauf, weil ich Ostdeutsch bin. Ja. Ich war mir, wie die immer alles mit J ausspricht. Na, alles. Wirklich jedes G. Für die gibt's kein G. Die schreibt das bestimmt auch so. Die sagt ja Jürgensohn. Jürgensohn, sagt sie. Wie sind eigentlich diese Minecraft-Songs Copyright? Minecraft-Songs, äh, ich glaub nicht. Aber musst du mal gucken, bei Captain Sparkless und so haben die ja hochgeladen. Ich meine, ich dachte, ich meine die offiziellen Micro-Massistants sind dann... Achso, die? Ne, die sind eigentlich nicht Copyright. Na, ich hab mir mal so Gedanken gemacht, was, wenn du in Minecraft die Musik alle hast und kommst ja deswegen Copyright. Ja, das gibt's bei verschiedenen Spielen. Das, äh, haben sich schon öfter Leute gefragt. Kommt halt immer aufs Spiel an. Aber ich glaube, in Minecraft ist es unproblematisch. So. Kannst du mir gar nicht mehr reden. Aber ich würd sagen, jetzt würd ich mal die ganzen Häuser hier zeigen. Das ist das von Street. Der hat vor allem nicht mal aufgenommen, ne? Der hat einfach so angefangen. Auf Ehre. Und ich hab ihm Kohle geschenkt. Ja. Kann ich nochmal hinschreiben als Schild. Und dann hab ich draußen schon ein Feld angefangen, ne? Natürlich für Excel. Aber was baut hier Street wieder, ne? Ist irgendwie schon besser als seine Wand in TinyCR7, aber trotzdem fragt man sich, woran's hier Lähchen hat. So, ja, ich hab mein Haus auch übrigens weitergebaut. Also hier ein bisschen mit Boden und so. Mit der Wand noch. Ah, okay. Temkri. Geht online. Nö. Aber hier ist ihr Haus. Oh, lol. Was ist denn da los? Gewitter. Oh, bitte, mach doch jetzt nicht wieder irgendwelche Songs an. Ey, du zerstörst damit immer die Aufnahmen. Hallo. Was ist denn das? Das ist Minecraft Musik. Ja, kennt doch bestimmt. Na, hier, diese ganzen Minecraft Covers von 2012 oder so. Mach mal, hör dir mal die Musik wirklich an, da ist noch kein Copyright. Aber hör mal, aber das kennt doch bestimmt. Ist das TNT? Also. Ah, nee, Quatsch, das ist doch DJ Goddard's Falling In Love. Stimmt. Aber TNT gab's auch, das hier von Dynamite abgekupfert. Diese ganzen Minecraft Songs, Alter. Ja, da hat ja Street auch mal Top 20 auf seinem Charts-Kanal gemacht. Er hat seine liebsten Minecraft-Songs. So ein Bench war bestimmt Part 1, oder? Echt, Part 1. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr, was da war. Jedenfalls hat er auch so eine Playlist mal angelegt auf seinem Hauptkanal davon. Na, mach mal jetzt endlich ein Deko-Bench, Alter. Das kann ich ja nicht sehen. Ach so, ja, eine Deko-Bench. Muss ich mal gucken, wie gingen die nochmal. Äh, ah ja, hier, Bench, ne? Ah ja, da brauche ich als Kaktusgrün. Oh, Scheiße. Wir kriegern das her. Äh, ein Kaktus-Spawn, Kaktus-Spawn noch nicht. Eigentlich solltest, hast du es nicht gemacht. Eigentlich solltest du doch am Anfang von 2.2. Solltest du eine Kiste geben mit einem, mit einem Dettling von jeder Holzart und so weiter. Ach so, das sollte man. Ach so, ich dachte, es darf es doch nicht geben, aber... Warte, mach doch mal, weil es nur welch ein Zwei-Kaktus-Spawn noch ein Tiger-Hills gar nicht. Ja, na gut, dann muss ich das noch ergänzen, würde ich sagen. Okay, naja, ich würde sagen, ich setze das mal hierher, ne? Ja, aber nur einen einzigen, weil man soll die dann, die soll dann wachsen, soll man die immer mehr verdoppeln. Ja, und wie es mit Setzlingen, die kann ich ja hier auch mal setzen. Ja, Setzlingen, ja. Ja, eine Kiste, nein, eine, äh, okay, dann setzt die halt auch hin, aber von jedem nur eins. Ja, na, klar. So, was fehlt jetzt noch? Ah ja, Schwarz-Eiche und Akazie. Aber Akazie, da wird eh keiner mitbauen, ne? Weil das alle hässlich finden, das Holz. Magst du das? Na, ich find's eigentlich, äh, also man kann sich unterhalten, ne? Ja, alter, Akazie ist so ein hässliches Holz. Ja, na, das sagen viele. Jedoch, äh, also man gewöhnt sich dran, glaub ich. Ich bin ja mal auf den Endbäumen gespannt, der dann kommen wird. Weil den Endbäumen sollen ja Bäume kommen. Achso, ja, stimmt. Ey, das 1.16-Update, ne? Gibt's da was Neues schon? Ne, ja, der Mike Wettlers da, denn, nennen wir Aktualität und dass da auch das End-Update reinkommen. Ja. Also End wird halt nicht sehr viel kommen, die wollen, äh, all den Mops gar nix, aber die wollen halt bisschen da die, äh, die Landschaft bisschen neu machen, aber bei Nether kommt ja echt viel, das heißt ja sogar Nether-Update. Was halt, was halt nur ein bisschen, äh, schade finde halt so, ich weiß, GLP hat immer, der wartet auf die neue Version, aber eigentlich schadet ja um die Zeit immer Waro, ne? Ja. Oder sagst du immer ab, aber der hat dieses Jahr wirklich gar nix dazu gesagt. Hm. Ja, ich glaub, das wird's nicht mehr geben, Waro. Keine Ahnung. Denkst du, es wird keine Waro-Staffeln mehr geben? Na, das wird doch nix mehr, die kriegen's ja nicht hin. Sollte nicht dieses Jahr auch noch Suho kommen? Keine Ahnung, die haben eigentlich, Ronald hat gesagt, es sollten dieses Jahr noch zwei Staffeln kommen, ganz bestimmt. Ja, naja, nix draus geworden, ne? Fahre ich auf ehrlich sagen, das versteht euch, GLP nicht, guck mal. Ja, der weiß doch, dass die nächsten Jahre erstmal, also, seit drei Jahren, drei Jahre, ist jetzt Waro von fast her schon. Ja. Ja, ey, Waro, vier meine ich. Und das Ding ist, guck mal, er hätte doch lange bemerken sollen, okay, vor drei Jahren, oh, ich bin, okay, ab, der kommt höchstens in vier Jahren, er ist raus. Na. Bevor wir am Ende die Jahre gar nicht springen, spielen wir halt nochmal Waro-Staffeln auf der 1.8, aber ist einfach gar nicht komplett ausfallen zu lassen, nur griechelt scheiße. Ja, dann jedes Jahr wird gesagt, ja, es gibt noch keine Änderungen und so, ne, und keine Ahnung, das ist doch dumm. Ist doch einfach auf der 1.8. Na. Naja, die Sachen halt immer, das wird langweilig, immer das gleiche. Nein, gar nicht. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn Waro auch auf der 1.5, dann auf der 1.6 dann ist, dann sehe ich keinen Unterschied mehr so richtig zwischen Waro und Suro, nur ohne Teams halt. Achso, ja. Na, aber Suro ist ja trotzdem komplett anders, also, keine Ahnung. Ja, um der Regeneration, ja. Und mit dem, dass du halt Streams jeden Tag nur eine Stunde hast, ne, Waro kannst du ja aussuchen, wann du joinst und, ja, das ist halt nochmal ein riesiger Unterschied. Äh, bei eins muss ich ja jetzt sagen, anfangs fand ich es ja geil, mittlerweile muss ich echt sagen, ich hoffe echt, dass die langsam dieses Picture-Pack da, was die da in Minecraft rausgefasst haben, echt mal rausmachen. Ja, das ist hässlich, ey, aber ich nutze eh immer das alte, also mich juckt das noch ja nicht. Aber hier spiel ich ja Minecraft, ne, man kann das da nicht ändern. Achso. Das ist halt das Schlimme. Und ich finde, ich finde, anfangs habe ich es halt voll neu, mittlerweile muss ich halt echt sagen, dass es echt hässlich ist. Na gut, aber ich wollte jetzt mal an der Stelle die Folge beenden, also wir sehen es beim nächsten Mal. Ganz, aber sei mal ehrlich zum Ende, die hätten so Macht drin sollen, die hätten das normale Picture-Pack drin lassen sollen, hätten das neue so, als er es hat reinmachen können. Ja, genau, das fände ich auch besser, weil so muss ich sie jedes Mal umändern, wenn ich von der 1.13 wieder in der 1.14 gehe, zum Beispiel. Ja, aber dann würde ich sagen, wer ist das gewesen mit der Folge? Aber ich frag mich auch, frag mich ganz kurz auch, warum die überhaupt die Smaragd-Sachen weggemacht haben. Weil die waren ja immer in einem 1.13-Snapshot drin, eigentlich 1.15-Snapshot, dann haben die die wieder rausgemacht, weil ich auch nicht bis heute. Ja, okay, dann sag ich mal, ist jetzt die Folge. Aber eine Sache ist noch, und zwar, ne, guck mal, Findest du, wie auch wir sollten die Wassertempel neu machen, also immer noch was Neues reinbringt? Ja, na, da hätte man halt das Tempel-Event mit Street nochmal aufpeppen können, ne? Okay, dann beende ich mal die Folge. Hast du eigentlich manchmal Clash geguckt? Was war ein Clash 1 oder Clash 2? Ich glaub, Clash 1, weil Clash 2 gab's dann komischere Änderungen, wie ich das noch in Erinnerung hab. War's jetzt schon wieder vier Jahre her. So, Wiedersehen.